Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 116. Folge von Let's Play Amsi 2 der Onibus Simulator mit mir, Ihrem Julian Rieser. Wir sind zurück auf der Karte Römerberg Version 3.2. Diesmal fahren wir die vergessene Linie 626. Sie führt uns von Zauberstein zum Römerberg ZOB. Die Fahrzeit dauert ungefähr für diese Linie zwischen 20 bis 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN Overhaul 10G in der Version A21 Zweitürer EEVZF. Wir fahren in Garmisch-Partenkirchten wie Payne. Restwetter Stuttgart, das wollen wir auch direkt los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Folge und gute Unterhaltung mit mir, Julian Rieser, Ihrem Busfahrer. 2.4 Uhr 2.4 Uhr 2.3 Uhr 3.4 Uhr Hohenreuth Sportpark 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 Hallo Hohenreuth Sportpark 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 Hohenreuth Sportpark